Bitte Verzeihung, Herr Kommissar, aber der Herr Sanz hat nämlich in neun Minuten zu tun, er muss sich noch umziehen. Ich brauche Sie beide vorläufig nicht mehr, Sie können gehen. Gleich umziehen, gleich umziehen, Kürting, du musst gleich die Requisiten, bitte, Requisiten, bitte. Herr Kürting, wer hat denn außer Miss McLean in der fraglichen Zeit die Requisitenkammer noch betreten? McLean, rede doch, du musst doch... Herr Müller! Was? Wie kannst du dich überhaupt unter... eine Frechheit von... Herr Müller, Herr Müller, was hatten Sie denn in der Requisitenkammer zu tun? Sie, ich... Was? Ich, 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 ich wollte, ich wollte nämlich... Ich habe nämlich mit meiner Frau eine Differenz gehabt und ich habe ich befürchtet, dass sie mir auflaut beim Bühneneingang und dass sie mir eine Szene macht. Und da wurde ich verkleidet und deshalb habe ich mindestens... Und das ist so... Das ist der Kopf, das ist der Kopf. Das ist der... Müller! Ich habe den Himmel! Ich habe zum Einbürger Meng Pullen.